Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Infinity Skyblog mit Müller In der letzten Folge war man damit beschäftigt dieses Ding zu bauen, das Müller unbedingt machen wollte bis sie dann herausgestellt hat, dass das Teil nur Energie speichert Ja jetzt wollen wir einen Kohle Generator machen, dazu brauchen wir eine Assembling Maschine sprich wir brauchen Obsidian, sprich wir brauchen Gears Ich habe hier einen Eimer und werde hier drüben auffüllen mit Lava Ganz cool So Machen wir einmal da hin Zwei Drei Wir brauchen sechs Stück Drei Vier Dos Fünf Sechs Wir machen gleich ein paar mehr Sieben Sieht aus, als würde unser Lava hier ein bisschen zu wenig sein. Das meinst du. Ja, glaube ich auch. Hier noch einmal. Und die Mitte fehlt noch einmal. So. Hier das passt nun mal. Dann jetzt hier. Ups. Shit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Obsidianhammer. Cool. Also ich muss bloß noch abbauen. Mach schon mal bitte einen Diaakt. Ja, jetzt gleich. Gucken wir mal, was die Müller gerade macht. Die Müller baut das Feld für die netten Tiere. Schön macht sie das. Die Müller macht das Feld. Nur für dich. Oh, das ist ja süß. Oh, so schön. Äh. Ups. Hier, äh. Diabons. Wo hat denn die Männer die Diaas versteckt? Hm. Warte, ich bin drei Stück hier rein. Ups. Ups. Na, ich krieg die Diaas nicht mal zu sehen, wie viel wir haben. Wie viel wir haben. Oha. Oha. Das ist Usfor. Usfor Crafting, Omi. Nein. Shit. Das heißt, ich habe gerade drei Diaas verschwendet, oder? Nein. 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 Nein, nein. Warte, warte, warte. Hm. Was ist das? Doch. Ich glaube es geht schon. Ich hoffe es. Einen habe ich schon. Nein. Zwei Obsidian. Nein. 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 Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich keine Anzahl der Diaas habe. Ja. Ja. Ich glaube auch. Ah. 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 Ich habe gar nichts geplündert. Ah. Ja. Das schon. Aber wir müssen jetzt ja gucken. Ähm. Es heißt, wir brauchen, was brauchen denn da? Ja. Boah. All no. Obsidian WAS? Das ist scharf genug für Obsidian Ah ja, dieses Absinken der Steine, echo Ah Warte mal, ich hab was Es muss wieder her oughten So, Lautbildung, machen wir es einfach mal so, damit muss es in die Augehen, damit ich finde gar nicht, weil die erst verschwenden müssen, stepp. Aber du brauchst doch ein Zahnrad, oder? Demandes Zahnrad, oder? Ja, da braucht man ein goldenes Zahnrad dazu und dann... Ja, aber kannst du nicht einfach das richtig Schmelze machen? Das Goldene schon, aber das die ja nicht. Jawohl, es geht. Doch, irgendwie hätte ich es schon verschwenden müssen, weil wir jetzt in Schwäche haben Obsidian bekommen. Geil. Jetzt haben wir mal eine Obsidian Spitzhacke und wir haben Obsidian. Sprich, wir können gleich mal gucken, wieviel Goldgear haben, um das Goldgear zu machen, beziehungsweise um das Diadier zu machen, um den Assembling Table zu machen, weil Redstone haben wir ja. Wie wird denn jetzt aus der Erde, ähm, Erde mit Gras? Hm, die mal mit Boden geht, wie wird. Ah, okay. Probier's mal. Was mach ich erst, wenn ich einen Zaun hab? Ja, die spawnen da eh nicht, wenn du da bist. Ja, ich will trotzdem erst einen Zaun haben, bevor die mir dann da runter plumpfen. Ja, kannst du ja machen. Hast du ja genug Holz? Ja. 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 So. Cool. Das ist mir immer komisch, echt jetzt. Und so, letzte. So. Guck mal, wieviel Gold wir haben. Wir haben drei Gold. Ja. Haben wir die Form normal schon? Ähm. Ne, haben wir nicht. Ups. Au. Sorry. Sorry. Äh. Dann kriegt man nochmal die Gierform. Ich glaube, da musst du erst eins craften, oder? Ja, du musst erst einen Holzzahn reinmachen, oder? Ja, du musst erst einen Holzzahn reinmachen, oder? Ein Steinzahnrad und dann das übergießen, ne? Stimmt. Gut, nein. Lass ich da auch mal hin? Ne. Warte, ich auch nicht. Ich hab ja selbst schon Zweiken gemacht. Ähm. Und mich erstmal wegdrängen wollen, weißt du? Mhm. Aha. Aha. So, Steinzahnrad hab ich. Du hast den Erfolg bekommen, hart wie Stein. Tschüss. Wow. Nice. Shit, wir brauchen mehr Gold. Ja, da ist ja noch gecrushed, das Gold und so. Kommt doch mal alles zusammen. Okay. So, okay. Wo haben wir denn gecrushed? Ich muss hier Ordnung machen. Wasche. Yellow. Weed. Copper. Nickel. Gold. 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 Gold Ich glaube trotzdem nicht, dass das reicht, um daraus das zu machen. Das ist ein Startproblem. Die Fläche von den Tieren muss noch ausgeleuchtet sein. Weiß ich nicht, Mama, ja. Mir ist schon zu viel Erde? Boah, krass. Krass. Guck dir die Männer an, die ist einfach nur krass. Krass. Ich guck gerade mal zu den Mops rüber. So die Mops, die größen Mops. Wo ist da was los, Alter? Ja. Die Party da? Mhm. Fett Party. Fette Party ist da. Da will ich nicht hin. So, ich brauche eindeutig jetzt mal langsam neue Setzlinge. Ich habe jetzt gerade drei Specs da durchgehauen. Oh, dann gibt es ein Creeper. Oh, auf meiner Fläche ist auch ein Creeper. Ja, warte, ich leuchte mal aus. Ich schmeiß den von der Fläche durch. Ja. Oh, ne Spinne. Oh nein, Spawntor, ich bin doch am ausleuchten. Noch nicht. Oder niemals schlafen. Ja, ne, wir können so sehen, wo es noch dunkle, wo es dunkle Schlafen hat. Nicht, dass wir hier über Swornen. Wird nicht. Wird nicht gespornt. Gespornt? Gespornt. So, was macht mein Gold? Ah, ich habe schon wieder kein... Die Lava immer nachzufühlen ist so ätzend. Von nichts könnte nichts. Ja, das schon. Aber, äh. Aber, äh. Nein, ich sah. Aber, äh. Nein. Aber, äh. Nein. Aber, äh. Aber, äh. Na. Aber. Na. Aua. So, jetzt, äh. Gold mach Himmel. Gold machst du Himmel bitte. Dem, 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 dem. Bitte die Gold. Ach, die Samen kann ich nicht als Dünger verwenden. Was? Ist ja furchtbar. Oh. Ich brauche neue Bäume. Oh. Okay, das kann doch reichen. Das kann doch reichen. Das kann doch reichen. Wir haben noch 7 Ingots Gold. Cool. Ja. Und ich habe jetzt das Goldgier. Warum schickst du mich in die Hölle? Möller. Ja. Ich brauche die Dias. Ich habe das Goldgier. Ja, was soll ich da jetzt machen? Nein. Oh. Ja, du proud of Himmel. Voll proud of you. So, ich brauche jetzt Dias. Dias. Diagier. So. Und dann brauchen wir. Ah. Ehm. Inwardgear. Drei Block of Kohle. Müller. Drei Ölchen. Oh. Und mit Pisten. Einmal. Ina hat mir doch auch um hier. Butter. Ina, Ina. Oder was hat immer noch immer gemacht? Wie ist das jetzt öfter gemacht? Nooo. Oh. Oh. Wird hergestellt aus Nickel und Iron, ok, Iron, Iron, 34 Stück, das sind 8, ok und Nickel und Iron, GmbH2, oder auch Alya, und auch Iron, etik GmbH2, 3 Stück, das ist das und die Runde ausgibt zu können, um in Digi-GmbH2, 3 Stück, 3 Stück, 3 Stück, 3 Stück, 3 Stück und Und Iron Ich hoffe das wird was Wir haben noch 3 Ingits Gold Milla hier bitte Bisschen aufpassen mit den Beuden Weil Leche warum hat die angefangen zu fackeln Ich habe auch mal angefangen zu fackeln Ja den mit der Poppest Da ging mir direkt mit der Poppest Dafür wenn du da ein bisschen wieder Lava anstellt ne? Vor allem Sonnenschein Was? Was ist für Lava? Was ist für Lava? Immer auf die armen Lilla schieben, so haben wir es gern Nein, ich hätte wirklich noch... Ach shit Ich habe nur 2 Ingits Nickel Verdammt Egal das müsste eigentlich weisen Auf ich mal Dann kann man hier wieder austauschen So Komm Iron mach fertig Was ist für dich Was ist für dich? Oh nein Weißt was auch weg ist, seitdem wir mit dem Server gewechselt sind Was? Diese Hacke um ein Feld umzugraben Ingwer 6 Ingits Alter Ja die ist doch Ach so Ach so Toll Toll Ne das ist eigentlich umgeraden dahinten So Dass die größer wird Dass die größer wird Posten wir alle rein So Okay cool So 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 Ja Ein Stack Läuft Hm Was läuft Ich habe gerade Ich habe gerade einen Stack Ich habe gerade einen Stack gemacht und der wurde mir als einer angezeigt Oh nein Oh nein Ja So Einfach mal Dann Verdammt So 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 Und so Und so Und so Und so Und so Und so Hier ist der Exkruel Wenn wir Glamour reinpacken Dann noch 3 Gold 2 Unwarn Ach gut lass jetzt das Iron nicht drüber sein Nein Verdammt So Genau Jetzt kommt das Iron Und dann Iron Aber warum war eigentlich Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Drei Kabel Ich habe Ein paar Woodplanks Die Redstone Wo haben wir das Redstone Ja gut Wir haben Ich freue mich Und dann Ich hoffe Ich erzene Ich kann das Ich kann das Ich kann das Ich kann das So. Das habe ich doch heute schon. Einige Pisten. Yay. Oh Gott, Uniformes. Haben wir kein Eisen mehr? Ach komprimiert. Ne. Äh. Doch, guck mal. Ne Smeltering. So. Ich glaube beiden. Sechs. So. So. Acht. So. 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 So.